So, meine Freunde, es geht jetzt weiter mit Let's Play, Vario Land 4 und der Fiery Cabern. Oh ja, V-V-V-Vario. Okay. Oh, Feuer. Sieht nicht gut aus. Na, stimmt doch. Ihr tut. Juhu. Wahrlich feurig. Heilige Maria, Josef, Mutter, Himmel. Au! Was? Was? Na, da ist nichts. Irgendwie ist da nichts. Ups. Wow! Okay. Na, auf jeden Fall eine nette Musik. Nein, dass ich hier wieder was vergesse. Und nochmal hier rein muss. Das wird natürlich nicht so ein Geist. Das ist cool. Rockt. Oh, nein, das rockt nicht. Ja, Professor. Okay, Professor, wie machen wir das? Gib mal einen Tipp. Prof. Erst da rein, denke ich. Stinke, Professor. Wir müssen zuerst hier rein. Ah, hör hin, Professor. Okay. Nee. Oder? Vielleicht. Au, ho, ho, ho. Au. Toll. Komm ich ja... Ach, egal. Weiß sie. Lassen wir das, Professor. Schmor in der Hölle. Ich lasse dich jetzt einfach in Ruhe. Da, schmor. Ich hab schon genug in der Gegend verloren hier. Wir haben so eine Miste. Wow. Wow, ho, ho, ho. Und, Rockt. Und den Schlüssel einsacken. Nein, den Schlüssel doch nicht einsacken, weil wir da nicht drankommen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, kann man wohl nichts machen. Wo, ho, ho. Okay. Yeah. Okay, was ist hier oben? Nisch ist es. Ja, da war es vorhin, klar. Wieso? Wüsste ich das? Na, da. Yeah. V-Vario-Time. Oh, oh. Nein! Ah, du elender kleines Iffchen, du. Ah, du. Was ist das schon? Zum. Echt. So, über sowas kann ich mich stundenlang aufregen. Über so, und so ein Iffchen hier. Oder Neandertaler. Es ist ein Neandertaler. Er hätte es nicht anders verdient. Feuer. Feuer. Ich glaube, die Lavateile erstarren. Und dann können wir da drauf springen. Ich hätte es gedacht. Ich nicht. Zick. Ja, seht ihr? Ach, nee. Das ist die Viecher. Weih, weih, weih. So was. Klar. Jetzt ist Eiszeit. Oh boy. Okay, ich habe noch nicht mal alles gefunden hier. Das ist nicht gut. Was ist hier? Lass hier mal sinnvoller sein. Und dann habe ich die hier rüber ein. Natürlich. Das ist nichts. Von Interesse. Moin. Gut. Irgendwie das gefühl ich... Schitte. Ich habe wieder die Hälfte vergessen hier. Das wäre natürlich nicht gut. Aber das ist alles... Ach, zumindest kommen wir ins nächste Level. Nein. Das können wir auch nicht auframmen. Vielleicht nur mit der Super-Ram-Attacke. Feuer und Eis. Das ist... Ach. Sag nicht doch. Außer. Hm. Gehen wir mal hier rein. Mal schauen, was hier ist. Lass mich raten. Hier muss nur eine Kiste irgendwo sein. Wo ist es denn meine Kiste? Ach. Das soll es mir nicht geben. Einfrieren. Nichts gut. De... Delep. Delep. Oh Gott. Das ist ja sowas von Spaß. Spaß. Nein, Mario. Okay, das wird so nichts. So komme ich da schon mal nicht dran. Okay. Okay. Wo ist jetzt noch... Oh, hier ist noch ein Splitter. Zack, zack. Okay. Moment. Zack. Ah, ich bin einfach... Oh nein. Ach nee, jetzt habe ich ein Splitterer gegessen. So ein Mist. Und ich komme ja nicht mehr raus. Das ist ja sehr, sehr ärgerlich. Ich muss noch mal reingehen. Das wird spaßig. Wow. Shitte. Hm. Ich sollte nicht so oft Sachen vergessen. Das ist nicht nett. Äh. Hotel Horror. Okay. Gehen wir nochmal hier rein. Hm. Gucken, wo der Splitter ist. Bis gleich. So, der letzte ist, äh, hier drin. Man sollte auch mal nach Möglichkeit, äh, überall reingehen, wenn man die Möglichkeit hat, überall reinzugehen. Man sollte mal auch da reingehen. Zumindest ist hier der letzte Splitter drin. Zack. Hier rüber. Zack. Da rüber. Hier die Latte und die Quetschi. Und da ist er. Ja, auf jeden Fall ist es das. Super Smash-Attacke. Nein, doch nicht. Schade. Keine Super Smash-Attacke. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber so geht's. Haha. Woher wusste ich das? Ich wusste es nicht. Und dann kommt man da raus und dann kann man ganz gemütlich dem Ausgang entgegentreten. Ja. So schaut's aus. Äh, den Ausgang kennt er aber jetzt. Hm.